Ja, Walter Frosch, kurz vor der Pause noch der Ausgleich. Wir sind ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis ist eigentlich verdient für die anderen. Einmal Speicher hat, wenn wir nicht mal zulegen. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erst mal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Pfiff? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich es noch dabei gehabt. Okay, danke schön. Bitte.